Hallo und willkommen zurück zu Bioshock 2. Beim letzten Mal war ich auf der Suche nach einem, nach der Quelle dieses geilen Stöhnens. Wow, da ist er! Da ist er ja. Alles klar, alles klar, alles klar, ok. Ich muss mir zwei vorbereiten. Moment, hier direkt ein paar. Hier, voll. Oder, nein. Hier. Oh Gott, ich werde hier selber reinlaufen. Egal. So, komm her, 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 komm her. Haha, oh Mann, oh Mann. Bist du schlecht, du bist du schlecht. Oh, du bist du schlecht. Wow, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ich mach dich gleich auf. Ahno, la, la, la. Das ist mir gar nichts. Ist es mir grundsätzlich nur noch? Warte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oo. Ich glaube, ich sollte mich lieber für... My Health Packs Oh Gott! Nein! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Ihr stirbt! Aaaaah! Oah! Oh mein... Oh, man, 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 man.. Das war knapp! Oh... Oh, shhhhhh. Ah! Oh, was?! Ach leur... Hörst du mich auf die Hälfte hin? Unser bester Freund, die GEMA, meinte, ja, so nicht. Die 20 Sekunden Musik, die da waren, die schaden dem Künstler. Naja, ich möchte gar nicht weiter darüber reden, sondern ich ärgere mich im Stillen darüber. So, ja, so. Hier, ich wollte doch... Rufst du das Erden, Daddy? Da drinnen! Wo, wo, wo? Wo, wo, wo? Da! Da ist doch eine! Scheiße, ich hätte mir... Oh, krass! Okay, warte, 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 warte! Elf! Nein, das ist zu jung. Das ist zu jung. Das ist zu jung. Ich muss mich erst mal... Es ist... Ähm, ja, Munition, so. Miete... Ähm... Anti... Das und das. So. Exakt Null Dollar. Perfekt. So. Ich habe doch eben Schüsse gehört, oder? Oder... Oder nicht. Egal. Wir machen uns. Ja. Ja. In der Tat. Ganz richtig erkannt. Jetzt... Verrichte dein... Schwestern. Das Monster... Das hat uns ein weiteres unserer Babys geraubt. Dieser Blechte, die ist leer wie eine Gefängniszelle, die einen Insatz verhaucht. Und er wird die Kleine nicht freiwillig gehen lassen. Jagd ihn! Du. Satz... Los... Was ist das? Das ist geil. Hier. Ich vergesse schon wieder meine Plasmide. Gut. Oh. Huh? Oh Gott! Bist du verrückt? STIELN Crap nein Aber antiperson Mach schnell Crap, crap, crap! Komm, nein! 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 Girl, oh man, nein, 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 nein Komm mit! Komm mit, komm mit, komm mit Oh, Mann Ja Ja, das tue ich Oh, ich hätte mich Ich hätte mich Ich hätte mich gemacht, wie sie totbohren sollen. So, jetzt loote ich euch. Gnadenlos. Oh, oh, sexy. Oh man. So viel Tod. Oh, hier war ich doch eben. Oh, wo denn? Verdammt, ey. Das ist echt verdammt ärgerlich. Die armen Schlucker. Wie? Ich hab die doch überhaupt nicht. Oh. Kann ich die nicht mehr? Ach doch, ich hab gesammelt. Ich hab gesammelt. Schweigert. Okay. Hier oder was? Warte. Erstmal nochmal hier so ein Dings dann. Wo? 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 Hier. Aha. Da. Ja. Ja. Ich rieche es. Ich rieche es. Ja. Komm. Schnell, schnell, schnell. Ich will das gar nicht zu lange machen. Hier. Okay. Wow. Das ist der DER. Nein, 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 nein Ah, Mann. Was ne... Scheiß-Episode. Come on. Ja, ne. Ich muss es jetzt durchziehen. Tut mir leid. Ich muss es jetzt durchziehen. Plan ist Plan. Geh her. Geh her. Wo ist dieser Typ? Dieser Verrückte? Oh, Gott. Oh, du wirst es bereuen. Oh, du wirst es bereuen. Du wirst es bereuen, girl. Ja. Komm her. Oh, nein, nein, nein. Schocken. Ah, nein. Nein. Das ist an ihm. Was macht der denn da? Ey. Nein, 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 nein. Nein. So, so, so. So, so, so. So ist das also. Nein, 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 nein. Na? 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 Verrecke. Schmeckt dir das hier? Ja. Oh, ich liebe es. Oh, hecken. Okay. Das war es jetzt fürs Erste. Beim nächsten Mal schnappe ich mir die nächste Leiche da. Und dann machen wir weiter. So. Wir sind schon über 10 Minuten. Vielen Dank fürs Zugucken. Schaltet bei der nächsten Episode wieder ein. Oben rechts in der Anmerkung findet ihr die. Guckt auch die anderen Videos an. Vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren. Ciao.